Musikalische Grüße überbringen und mein vom Programm her etwas ausgesucht zu haben, das Ihnen hoffentlich gefällt. Sie haben hier eine ganz wunderbare Anlage und was passt besser dazu, als zum Beispiel ein Stück, das mit einem Vogel verbunden ist, der so einen bestimmten schönen Laut gibt. Und das spielen wir jetzt. Vorsagen und Ansagen brauche ich jetzt nicht. Viel Vergnügen. Es reicht. Musik 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 Vielen Dank, meine Damen und Herren. Damit Sie auch wissen, dass wir von der Nordseeküste kommen, vor den Toren Sülz, aus Liebel wollen wir Ihnen ein Seemannslieder-Potpourri spielen. Musik 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 Musik